Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Ach, da hätt ich noch. Zu spät. Wieso zu spät? Und dann sind wir wieder zurück. So. Ich bin wieder zurück. Was ist der Kompass? Wo ist der Kompass? Was ist das hier nochmal gewesen? Ah, hier und das. Habe ich das schon mal benutzt? Oder das? Ich nehme da auch noch einen von. Ah, den grünen nehmen wir auch noch. Da komme ich immer noch nicht durch, oder? Da kann ich mich mit ihnen inzwischen unterhalten. Da war ja nicht mehr viel, oder? Ich komme da ja nicht mehr raus. Und den Rest habe ich ja gemacht. Und da lassen wir mich ja nicht raus. Ist das das? Aber hier habe ich ja alles gemacht. Was soll ich hier noch? Er hat ja auch gesagt, ich soll nach Süden gehen. Durch der Stadt und da kann ich weiter machen. Guck mal, ich kann auch wieder irgendwann zurück. Hoffe ich doch. Und wenn ich noch nicht so will. Victory! Okay, also von hier aus nehme ich meinen Weg nach dort. Ich muss mich überraschen, sonst wird der Krieg der Leben zu erreichen. ganze zeit warten können dann hat es jetzt auch noch zeit ach das ist ein shop was shoppe ich denn jetzt mal was habe ich denn hier lassen ich habe keine Möden, ich habe keine Möden, ich habe keine Möden Vielen Dank. Und natürlich noch mehr was das hier. 1 ETH ergibt 3 ETH Destroys target creature control of the destroyed creature gains Achso, dann kriegt ihr ja nö, das brauchen wir nicht Mehr gibts nicht Eigentlich schon ein von Ich hab ja nicht so viel in meinem Active Deck Aber ich glaub die Dinger hier, Gain kost 1, Gain 3 ist ganz cool Was ist das hier? Cost 1, Gain 2 Die können wir also wegschmeißen Die können wir verkaufen, kann ich die irgendwie nach unten setzen? Eben nicht Dann sitze ich sie ganz nach oben Funktioniert irgendwie nicht richtig Weil die brauche ich ja dann nicht mehr Weil hier kriege ich Ein Drei für ein Und die Da müssen wir ein bisschen Platz machen Was krieg ich denn eigentlich für die hier? Gar nix, oder? Sieht so aus, als ob ich da gar nix gekriege Außer Platz kriegs gibt es da nix, also Was ist das hier? Und dann Und dann Vielen Dank. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn ich die Kombination da wähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Stück. Was ist das? Wo ist das? Eileen, das Wiespere von den Leiden spricht von Angst. Die Synthets haben in die Forbidden Grove. So, was hast du für was? Let's go and clear the Grove of Rusty's. Grrrusty's. Neither of us has passed the Sacred Initiation Rite, so we cannot enter this Sacred Grove. The power of the forest will destroy the uninitiated who dare to approach the Spring of Life. We must wait for initiated warriors or the Grove Keeper. Mhm. I'm ready to accept my destiny from the forest. I'll enter the forbidden Grove and do my duty. Let the battle be my initiation. If you won't dare to come with me, stay here and guard the exit. Well, I'll see if I can find some things here. What is this here? I don't know. Okay. I must hurry, otherwise the rust will spoil the sacred Spring. I must hurry. I must hurry. What is this? What is this? I don't know. There are plants. There's plants there. There I can not have fun. That's why I can't go away from the nursery. What are you doing? What is this? Theobservatologist is doing something you lose weight, right? Oh. Oh, da war der andere Mal leichter, oder? Oh, da war der andere Mal leichter. 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 Accelerated Mode. Aber das ist ja nur im... Oh, ich tue es mal an, da sehe ich schon was passiert. Ach, man, nicht schneller. Ach, das gefällt mir doch auch gut. 18 Level 1. Oh, fertig. Oh, das gefällt mir doch nicht. Oh, da war der andere Mal leichter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's Spiritual Web Mother Bee 23 nur Nicht viel Canada Tech Flying Regeneration Ja, die ist so interessant Oh, ein 23 hat der, ich muss schauen, ob das gut geht Oh oh, wann mach ich denn mal was? Das hat voll die Armee und das ist ein kleines, ich hatte eine künste Bienelein. Oh! 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 Ich hab nur 2, er hat irgendwie kein IFA mehr, da hätte er 5. Er hat 5 IFA Channels. Oh, wie ich das schaffe? Schauen wir mal. Jetzt hab ich auch keine Armee. Ich bin wieder guter Hoffnung, dass ich das Rennen machen könnte. Ich bin wieder. Ich bin wieder guter Hoffnung. Und das war's. Man, das ist Grass Snake. Was ist denn Grass Snake? Fingus Vitality. Und das ist? Ich bin wieder auf der anderen Seite. Nein.